Gefällt es euch? Wunderbar. Wunderbar. Es geht gleich weiter. Der Junge hat richtiges Theaterblut. Ja, komisch. Von wem hat er das bloß hat? Von mir natürlich. Aber Sie sind doch gar nicht der richtige Vater. Ach so, stimmt ja. Aber Sie haben ihn doch auch so gern und sind auch nicht die richtige Mutter.